Der König erbittet die Ehre eurer Gesellschaft bei einem Bankett heute Abend. Akzeptiert ihr? Äh, ja, unter einer Bedingung. Ihr werdet meinen Freund Horatio freilassen und ich darf ihn als meinen Gast mitbringen. Er sitzt ein wegen unehrenhaften Hofierens. Er muss wieder zurück. Nicht wieder so oder gar nicht. Einen Moment, wenn's genehm ist. Wieso tust du das für mich? Weil du mein Kumpel bist. Ich werd da sicher nicht ohne dich hingehen. Ich kenne da doch niemanden. Du musst mitkommen. Scheiße, nichts anmerken. Der König erbittet die Ehre eurer Gesellschaft und Horatio als Gullivias Begleitung beim königlichen Bankett heute Abend. Akzeptiert ihr? Ja, natürlich. Ja, ich kann das einrichten. Oh Gott.